Hallihallo, Hallöchen, liebe Heroes of the Storm-Spieler, hier ist wieder der Johnny Doe und auch am Ende ist die Faye. Hallöchen, Fäichen. Wunderst du dich nicht? Wir haben noch einen neuen Ladebildschirm. Ja, sehe ich gerade. Das ist cool gemacht. Ey, der spielt Axmord an. Den will ich unbedingt haben. Wer spielt Axmord? Achso. Der. Ja, genau. Wir spielen Tempel des Himmels. Oh ja, super. Der oberen Tempel. Wer hat denn schon zu Ende geladen? Ich bin fertig. Fäichen, du warst noch nicht. Ja, du bist noch nicht ganz fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich auch. Ja, wir waren noch eins. Innova war noch nicht ganz fertig. So, ich spiele einen Rexha. Wen spielst du denn? Ich spiele meine Silvanas. Falls ihr es überleben wollt. Wähle ein Talent. So, ich gehe einfach schon mal vor. Ich kenne da nix. Meine Hand, ob meine Maus klemmt. Die Maus klemmt, das ist sehr schlecht eigentlich. Jetzt gehts wieder. So. Äh, auf welcher Seite geht. Wo sind wir? Wo? Ich bin hier unten. Ich gehe hier unten hin. Ich gehe hier unten hin. Ich mag nicht alleine sein. Das ist gut. Äh, zwei Leute sind auf der anderen Seite. Zerfleischleuchte. So. Die hungrige Bestie. Was machen die anderen beiden da? Ähm, hallo? Was machen denn hier die, die... So, wen haben wir denn im Team erstmal? Den Rexha, den ETC, den Keltas, den Rexha natürlich. Und die Silvanas im Gegnerteam ist... Asmodan. Vollstart. Thrall, ETC und die Nova. Uh, das geht ja schon los hier. Hier lang. Ja klar, sicher. Hier lang, Misha. So. Guck, da ist die Nova. Ich hab sie den entdeckt. So, komm, rüber da. Zack, zack. Zack. Ja, da hast du nicht mit gerechnet, ne? Du wickiges... Misti. Meine Misha, die ist hier... Volt wert. Ich geh mal in den Halbgrund. Boah, ich hab echt mal wieder lernen zu spielen. Alter, Alter, für mich. Ich hatte vorhin schon den Lieutenant Morales, der ist auch sehr gut eigentlich. So als Reporter... Alter... Ja, weiß ich nicht, meiner... Ich hab hier mal getötet, oder? Hast du den getötet? Ich glaube, beide... Ja, 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 wir waren da zusammenzählte, alles... Als einer. So soll es sein. das habe ich gemerkt wenn ich nicht mehr so schnell weg den roten ja ja der schon rot eingenommen ist ich hoffe er hat hier so zack ich weiß es ist talent verfügbar ist mir aber jetzt gerade mal im urscht der ist getötet der ist tot und jetzt sind wunderbar das geld dass wir da dem was helfen das von mir hier das kleine lager unten anzunehmen ja gut alles klar das kleine ich bin noch nicht so weit wir sind 1,2 wir sind gestorben bis 2 mal hier, meinst du erst Achtung, wir sind schon wieder aufgenommen ich kann die Nisha nämlich drüber preschen lassen und dann, wir teubten sobald du hast ja auch ne echt gute Funktion, ne diese Warners ja, sicher lass mal direkt daneben das zweite kleine nicht den Boss hier so gemeint ist da hinten naja, das ist schon einer wenn du jetzt noch dazu kommst, können wir vielleicht ja, auch mal mit Brawl kann ich noch einer jetzt sehen Nisha so kann man gleich mal einiges das sagt so ist das schon mal gut ja, nicht genau so aber aber komm ja, sie killen aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne wir haben schon drei Stücke ja, du bist auch dafür dreimal gestorben, ich habe noch 2,25 mal die anderen sind nur einmal gestorben wir nehmen direkt hier dann obere Lager ein meinst du das Vierer sag doch einfach Vierer Lager, fertig aus das große Vierer Lager das hat das kommt das hat das war immer das sind Ja, ich spiele eigentlich sehr gerne, also ich habe eigentlich meine Lieblingsflüge. So, wir machen nochmal im Tier, äh, unterwegs, hier den Asmodan. Oh, Asmodan. Den würde ich unbedingt haben, der ist echt geil, ne? Ehrlich gesagt. Der untere Tempel ist eingenommen. Ja, da gehen auch alle hin. So, soll man da auch direkt zugehen? Ja, ja, klar. Helfen wir mal. Oh, ich habe ein neues Kalender angefangen. Wir müssen eigentlich nur mit auf der Plattform, da müssen wir machen, dann wird das erstmal neutral, weißt du? Aber ich wette, ich hole jetzt gleich, wo wir, äh, da. Ich bin zwar tot. Äh, no! Scheiße! Sind wir alle tot? Ja, ich bin auch. Und eigentlich ist es kälter, wenn du den gut spielst, gar nicht mal so schlecht. Äh, der ist noch nicht schlecht. Das Licht verblasst in meinen Tempel. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder erstrahlen. Unsere Wege kreuzen sich. Sollen wir den mit allem Mann auch wieder machen? Also ich geh schon mal hin. Mal gucken. Ja, aber dann brauchst du natürlich, äh, echt Hilfe, ne? So drei, vier Leute sollen es schon sein, so alleine. Ja, aber ich sag mal, drei Leute schaffen den. Wenn ich jetzt mit meiner Suwanas komme. Äh, hallo? Sollen wir ein paar suchen, alleine? Nee, lass mal. Los, los. Geh' weiter. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Äh, pack'n. Is'n Boss ange-gedatcht, äh. Ne, hab' ich nicht. Ich hab' den felschrat. Du hast ihn voll angeschossen. Ich hab' den felschrat. Ja, ne, hab' ich nicht. Ich hab' den felschrat, aber ich war zu nah. Ja, du hast den Pfeil ange-sache, du hast ihn voll angedatcht. denn ich habe noch nicht dafür ist noch zu klein sterbe wieder einmal ich bin tot kommst du mal alles hier macht macht jetzt die zwei Jahre macht das war ja leider auf jeden fall allein das gibt es auf jeden fall alleine ich habe mal hier die ganzen dauer ich weiß so ich bin ja schon in der nähe von dem campen ja komm hier hin vorsicht da kommt der feldsatz ich weiß schon ich bin hier gerade erstmal die ganzen ja kommt genau kommt mir jemand zu Hilfe das ist schon mal ganz gut ich bin jetzt auch unterwegs so zack ja ja ein vor oh toll jetzt kommt noch ein Gegner das ist ja ganz geil komm ich bin ja auch da ja ich bin du bist tot oder was ja so kommen die Schacht ja ja ist klar oh man bin ich schon aufgestorben ja ganz sechsmal soll ich nicht mal in zurück einmal nicht mal in Mama aufbanken ne ich bin mal eben her vorsicht dass der als modern auch dieser so obwohl den spiel ich echt sehr gerne wer ist echt der hat gut was drauf ja wenn er jetzt ist er weg dann lassen wir hier das vierer lager ich muss aber erstmal bitte danke du kommst gleich dazu hin das vierer lager hier ich schau ich schau ich schau blöde dreck sau ja 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 aber es war nur der klo ach scheiße vorsicht wohl wohl und ja komm ich nicht weg nun zu zweit auf dem kurs da war weißt du die kunde auch die reagieren auf alle so schnell zwischendurch habe ich echt muss ich gerade mal anmerken zwischendurch irgendwie seit dem abweg dem lehme die bildschirmführung er ist abhängig und meiner machen ich glaube das ist gar nicht mehr bei der Maus dass er auch dass er in dem Bildschirm nicht holen kann also ja nee das ist glaube ich nicht deine Maus ich habe das Problem nicht auch und das habe ich gesagt wollte erst ich kann dann einfach im Bildschirm nicht weitergehen das ist auch wie das Spielfeld zu Ende wäre was denn ich kann dann einfach im Bildschirm nicht weitergehen geh nochmal Lager einnehmen hm komm mit aber das kleine schaff ich so denke ich schreib dir noch mal schneller ich habe bitter aufgenommen zack 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 was trägt das andere kleine auch nochmal ne zweite kleine jo eben der zweite kleine Lager und dann versuchen wir mal ganz schnell ähm erst in der Ding Tempel einzunehmen so viele Narbe ja 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 jeder zu mitspielen ich bin doch mal hier mit ich bin doch 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 klar 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 da sind es aber einige mehr zu viele ich muss nur rein Schon mal gesehen? Wir haben genug von der Macht meiner Tempel gestohlen. Nun kümmert euch wieder um euren erbärmlichen Krieg. Ich denke, müsste man jetzt dahin, wo der Boss ist. Ja, aber der ist, glaube ich, so gut wie down. Ja, der ist so gut wie down. Lass das Viererlager oben einnehmen. Äh, hier, warte. Hier, hier. Ja, wir müssen erstmal hier oben, ne? Bisschen wie ich freikämpfen, so. So, achte, die Alte ist da lang. Ja, dann lass das Viererlager holen, ne? Aufgeschissen, ne? Wir gehen uns jetzt eben in eine Viererlager hier holen. Oh, ich hab nicht über das, wenn du lieber, also... Das ist ein bisschen so sehr, sehr unaus, äh, ausgesprochen, ne? Die pingen nicht und, äh, wenn man pingt, äh... ...pringt die für dich noch nicht. Dann reagieren sie nicht. Genau. So. Gut gemacht. Ja. Oh, der hat schon ein Ohrn. So, zack. Ei, 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 die kommt von hinten. Oh, ein Nova-Gelüge. Ich hasse nur, ne? Hast du schon mal gesagt? Ich liebe Nova ja sowas von, ne? Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald, wenn sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen... Toll, ich bin neunmal gestorben. Echt? Hm? Okay. Ah, was für ein fucking... Und dann diese blöde, beschissene Nova, da will ich mich umdrehen. ...die stand genau hinter mir. Der Gessler macht gut Helden-Schaden, wie ich gerade mal. Hm? Der Gessler auch. Der machte gut Helden-Schaden. Der machte gut Helden-Schaden. So, ich würde gerne einen der Tempel einnehmen. Ich nehme den obersten ein. Wollte ich gerade sagen, dann haben wir jetzt im Moment einen Freie Fahrt, lass die anderen mal da hinten. Also irgendwie macht eh jeder für sich, was er will, äh... Ja. Bisschen doof, aber gut. Ja, weil so kannst du nicht gewinnen, ne? Also... Ich versuche, ein Raserei zu verfallen. Also... Ah, Mann! Ja, 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 ja! Ah, ich hab den gut untergekloppt. Hat aber nix gebracht. Nee. Nein, ich hab keine Festung mehr! Ja, sag ich doch. Ich bring's uns das, wenn wir den Boss haben, unten. Ah, ja, klar. Ne? Da ist noch einer, die aufwählen! Mach noch mal einer was! Da auf vorne! Ach, verteidigen können wir knicken. Wir müssen doch verteidigen. Oh, ist gut da rein. Juh! Aller sind noch, das sind noch Schüter, ja! Nee. Die Arbeiten noch zusammen. Oder heißt gut, Übertreiber. Da heißt der Arztmodan. Übertreiber. Ja, wir haben von Ruhren. Da ist der Tempel. Ach, bis ich mich entschließt. Nein, aber die Arbeiten zusammen, weißt du? Die gehen zusammen. Besucht mich wie? Ja, genau. Und das ist das. Und das fehlte mir gerade. Ja. Ja. Weil dieses Zusammenarbeiten. Also da hat man... So, schauen wir mal. Ich hab meine täglichen Quests abgeschlossen mit 300. Ich hab ne neue Talente. Ich bin auf Stufe 4. Wunderbar. Ich möchte mal in die Statistik gucken. Achso, ich muss meinen neuen Helden nehmen. Achso, du musst meinen neuen Helden nehmen. Ja, mach mal gleich. Äh, scheiße. Ich hab natürlich Diener-Gebäude-Schaden damit verloren. Auch den Helden-Schaden verloren. Aber ich hab Schaden... Ich war total schlecht. ...gut weggesteckt. Hab ich am meisten sogar Schaden weggesteckt. Wunderbar. Fuck. Ich war total schlecht. Du warst am bescheidensten. Nee. ETC war sogar eigentlich... Was denn? ETC? Stimmt's. Der war... Also... Ne? Also für den Krieger... Sehr... Bescheid. Ja, aber der hat mehr EP eingebracht. Ja, und? Okay. Ah, egal. Egal. Ja, liebe Freunde. Das war's erstmal. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben zwölf Leute nur gekillt. Also zwölf Mal nur gekillt. Ja, ich? Ja, unten die zwölf. Ja, zwölf haben wir insgesamt gekillt, ja. Und die haben 37. Ja. Ja, liebe Heroes of the Storm, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder in einem neuen Let's Play mit der Faye. Und ja, ich muss noch gucken. Ich muss noch meine Quest hier erledigen mit einem Spezialisten. Ich schau mal, wen ich mir aussuche. Mein Name ist Johnny Doe und ich bin raus. Dann werden uns gleich nochmal getrunken.